Hi Freunde, wir haben heute eine kleine süße Batterie von Nordlichtfeuerwerk und zwar die Blutgrätsche. Wie gesagt Kaliber 20 mm mit 16 Schuss. Was sie kann, weiß ich so mal gar nicht. Eine NEM kann ich euch noch liefern. Irgendwo mit Sicherheit. Ach hier unten. Eieiei. 128 Gramm hat die gekostet, hat sie glaube 6-7 Euro. Ja, ich würde mal sagen so 7 Euro, was die gekostet haben. Und ja, dann war es das schon. Und wir gehen raus verzünden. So, jetzt machen wir noch hier die Blutgrätsche. Ich habe schon noch zwei von den Affen, 20 m Kaliber, haben wir schon alles vorgestellt. Hier bitte schön ihre Batterie. My Lord, My Lord, My Lady. Uh, na, na, na. Und wie viel da muss ich vor? Aber dann kriege ich noch einen Copyright-Streik. Eine kleine, billige, naja was jetzt billig. Ich glaube die hat auch 7 oder 8 Euro gekostet. 6,95 Euro. Das ist doch die einzige von Nordlich, die ich bekommen habe, diese. Ja, also für 7 Euro finde ich es okay. Ich locale Schufe ab. Ich bin typisch relativ, verstanden. Wenn du nicht noch die考 positiven, Bis zum nächsten Mal.